Ich sehe mich nicht wirklich als revolutionären Mensch oder Charakter. Ich gehe wählen. Ich gehe mit einem Gedanken an die Gemeinschaft und Solidarität zu den Schwächeren wählen und nicht, ich stehe nicht unbedingt fürs Rechtsstärkeren. Aber ich würde jetzt keine politische Bewegung, glaube ich, lostreten. Dazu bin ich ein viel zu gemütlicher Mensch. Ich sehe mich nicht unbedingt fürs Rechtsstärkeren.